So, Leute, okay, wir sind wieder da zu Yoshis Eile nach dem gigantischen Special von gestern und wir, ähm, machen mit einem der drei letzten verbliebenen Level weiter. Ah, ja, okay, Kamex Besenritt, ach, ja. Ähm, genau, bevor ich es diesmal wieder vergesse, ich wollte mir, Gott, nochmal ganz kurz Dankeschön sagen an, oh mein Gott, ja, ich wusste doch, was jetzt kommt. Und zwar an, äh, Tsukui heißt sie, und zwar sie hat, äh, ein, verdammt, hat ein sehr, mein Gott, halt als Andenken an den Weihnachts-Yoshi, passend zur weihnachtlichen Zeit momentan, ein sehr, sehr cooles Bild, ich bin tot, ein sehr cooles Bild gemalt, ähm, ja, es ist wirklich, und es ist wirklich, es ist sehr gut geworden. Dafür nochmal danke dir, yay. Okay, so, und jetzt, ähm, machen wir hier weiter, ich erinnere mich noch an dieses Level, also, ich dachte jedenfalls, aber an den ganzen Teilen kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Warum müssen hier wieder diese Football-Mans kommen? Es sind zwar keine Affen mehr da, aber dafür sind jetzt solche Spackenviecher da, und die sind nicht besser. Okay, ich bin irgendwie, ich hab mich durch den Stein gebackt, yay. Okay. Na, komm hoch, 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 tötet mich nicht, wow. Ey, das hatte Style, das hatte irgendwas, das war cool. Okay, alles einsammelt und, boah, Kumpels. Na, ha, ha, ha. Okay, ähm, alles eingesammelt, hoffentlich. Hoffentlich, wirklich. Nein. Okay, das war knapp. Ja, was macht Kamek hier? Man weiß, Mimis, man weiß es nicht, ähm, gut, das war jetzt nicht so cool, ich hätte eigentlich noch lieber Eier eingesammelt. Okay, sehr schön. Ähm, ich geh lieber nochmal zurück. La, 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 la. Bums. Los, Kamek. Kamek, Kamek. Ah, ha, 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 ha. Mich verarschst du nicht, mein Freund. So, ähm, hab ich, ich hoffe, ich hab da links wirklich... Okay, das war knapp. Man sieht den Typen nie, wenn der kommt. Oh Gott. Ah, ha, 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 ha. Äh, so, okay. Okay, jetzt hab ich da nochmal einen. Okay, jetzt aber. Das war klar. Mimis. Und was auch immer hier drin ist. Es ist noch mehr Mimis. Wow. So viele Mimis. Ich hätte also einfach gerade eben weiter rennen können. Mein Kamek. Hör auf. Boah. Kamek. So, ähm. Kommt jetzt der Teil. Ja, genau den Teil. Ugh. Leute, der Albtraum geht weiter. Wir sind hier live bei... Skifahren mit... Grashilfer Yoshi! Eigentlich machen wir das ja mit unserem Himmels Yoshi. Aber dies war das Erba-Ski-Fahren. Und er ist viel beschissen ab. Eins für ein. Vor allem auch deswegen, weil Kamek hier irgendwo die ganze Zeit rumfliegt. Und weil ich eine Blume verpasst habe. Sehr schön. Sehr schön. Ja, jetzt wird's ekelhaft. Ich erinnere mich noch an die Level, die jetzt noch kommen. Und dazu werde ich gleich noch etwas sagen. Also gleich. In Anführungsstrichen gleich. Weil ich sag jetzt mal nur gleich, falls ich dieses Level hier heute in diesem Leben nochmal schaffen sollte. Also das hier gerade mit diesem tollen Kamek-Besen-Ritt. Oh mein Gott. Okay. Springen. 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 Ah, gut geschafft. Okay, und... Ähm. Ähm. Nee. Nee, 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 nee. Jetzt kann ich mich wieder nicht killen, ey. Ich hasse das. Los. Danke. Okay. Immerhin. So geht es zum Beispiel nicht. Hä, hey, hey, ich hasse das. Ich hasse das einfach. Schiefahrt ist scheiße. Also die Idee ist cool. Die Idee ist sogar sehr cool. Die ist sogar sehr niedlich. Weil, guckt mal, guckt euch mal Mario an. Aber die Umsetzung, meine Freunde. Die Umsetzung... Also nein, die Umsetzung ist auch cool, aber... Es ist einfach zu schwer. Also, was heißt es schwer? Es ist, äh... Warum mache ich das die ganze Zeit? Ich springe zu spät. Ja, ja, komm her. Lass mich irgendwo runterfallen. Mmm, banana, banana. Das Level war eigentlich voll schnell vorbei. Aber nein. Jetzt muss natürlich wieder irgendwie so ein Skifahrzeugs kommen. Aber ist egal. Wir haben trotzdem Spaß an dem Spiel. Ja, warum hat Yoshi eigentlich, ähm, diese Skibesen, oder ich weiß nicht mehr, wie hieß es. Toll, 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 toll. Diese, äh, ja, diese Skistöcke, sag ich mal, der benutzt die doch gar nicht. Der fährt eben nur bergab. Egal. Fast jedenfalls nur bergab. Durch den Ausschung, den er von dem bergab Dingern erfährt. Er fährt er leicht nach oben. Das ist jetzt... Okay. Versuchen wir es noch einmal. Mal gucken, wie lang wir brauchen. Okay, da war gar keine rote Münze, sehe ich gerade. So, hier springen. Und das klappt schon mal ganz gut. Und das klappt irgendwie nicht. Wieso nicht? Warum? Immer dieselbe Stelle. Immer dieselbe Stelle. Immer dieselbe Stelle. Ich lerne nicht dazu. Ähm. Okay, machen wir weiter. Wir brauchen noch alle unsere Leben. Wir kommen nicht mehr mit die 300. Nein, die hätten wahrscheinlich jetzt schon 400 leben, weil vielleicht sind die über 100 Mal bereits gestorben oder so ein Dreck. Naja, egal. Es ist ja immerhin ein extra-spezial-whatever-Level. Und das heißt, es ist bösartig. Will uns töten. Schafft es auch. Okay. Jetzt. Ich wusste doch, dass da noch was faul ist. Wow. Okay, hier unten ist nix rotes Meer. Das ist gut zu merken. Uh. Okay. So. Wir haben endlich mal das nächste Gebiet geschafft. So. Und was kommt jetzt? Uh. Ah ja. Die Stelle. Die Stelle. Uh. Okay. Leute. Yeah. Ihr habt gesehen, es war... Scheiße. Da unten waren noch rote Münzen. Garantiert. Ich möchte drauf wetten. Jetzt kann ich mich wieder nicht killen. Ach, wie schön das ist. Und wir fliegen genau an der Blume vorbei. Wir müssen wieso nochmal neu starten. Ach so. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Genau. Wir haben noch einmal Helikopterspaß. Nein, will ich nicht mehr. Ich muss jetzt ganz schön lange nach unten fliegen, dafür, dass ich da raus bin. Okay. Okay. Ich habe meine Freude an diesem blöden Level. Nein, hab ich natürlich nicht. Das Level kotzt mich an. Es kotzt mich so krass an. Ich kann es nicht beschreiben. Ich war gerade voll auf dem Takt des Liedes. Egal. Zack. Okay, das war knapp. Und da sind wieder rote Münzen. Uh. Okay. Ich muss da ganz knapp über den scheinen Feld und springen, damit ich hier die Münze kriege. Aber das bringt ja gar nichts, weil eh nichts Rotes dabei ist. So. Und jetzt lass es sich bitte alles schaffen. Vor allem kein Sternkreis, das wäre schon nirgendswo. Huh. 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 Okay. Und springen. Siehste, siehste. Siehste, da waren sehr wohl rote Münzen. So, jetzt habe ich aber alles, oder? Pause. 15, 2. Hm. Joa. Okay. Sieht machbar aus. Und hier kriege ich die Blume eh nie irgendwie. So, ich... Doch, jetzt habe ich sie gekriegt. Okay. Hauptsache, wir fallen hier nicht runter, sage ich mal. Ja, komm. Mach hinne. Okay. Äh. Äh. Ja, genau. Ach, das war die Scheiße hier. Ich muss hier die Münzen einsammeln. Hä, habe ich die jetzt bekommen? Ja, gut. Er hat sie für mich eingesammelt. In Ordnung. Boah, lass mich doch mal durch. Boah, diese... War ja irgendwo nicht noch ein Bläschen zum Auffrischen. Oh, oh. Oh mein Gott, war das knapp. Oh Gott, das war echt knapp. Ähm. Mann. Hört auf. Da ist noch eine. Oh. Ja gut, er hat für mich eingesammelt. Ähm. Nein, nicht so weit nach unten. Ich bin tot. Ich bin tot, oder? Ja. Das macht mir so Freude. Überhaupt nicht, um Zoo zu sagen. Ich sag Zoo. Ja, Zoo. Wir sind in einem Zoo. Um es so zu sagen. Okay, ähm. Was ist das für ein ekelhaftes Level? Ja, ich wusste schon vorher, dass ich es nicht mag. Ich weiß. Jetzt habe ich hier wieder alles übersehen. Mann. Es regt mich lang wieder auf. Okay, Leute. Bevor ich mich jetzt hier wieder endlos abfacke und mich in meiner selbst verliere, sage ich... Obwohl, nee, warte. Ich mache noch die elf Minuten voll und weißt du was? Das ist... Was ich dann mache, wollte ich sagen. Richtig, dann schneide ich und werde zur Helikopterstelle gehen und da weitermachen. Denn ich habe keinen Bock, jetzt hier wieder 80 Videos an einem Level zu hängen. Das hatten wir schon mal. Also, das hätten wir schon zweimal haben können, aber da habe ich auch geschnitten. Und nö. Sehe ich nicht ein, habe ich sowas von keinen Bock drauf. Aber sowas von gar nicht. Okay. Zack, zack, zack. Ui. Oh, das war knapp. So. Bums, sie, bums. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Auch wenn mir diese scheiß Football-Männer da voll auf die Nerven gehen. Okay. So. Okay. Jetzt sieht es aber besser aus, als gerade eben. La, 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 la. Wow. Kriegen wir die Blume nochmal? Yay. Wir sind so perfekt, Leute. Okay, ähm. Ja, wie machen wir das jetzt? Das ist ätzend hier, die Stelle. Ganz ehrlich gesagt. Okay. Hoch, 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 hoch. Hoch, 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 hoch. Okay, und runter. Scheiße. Das wollte ich jetzt auch gar nicht einsammeln. Hoch, ja, oh, okay. Und runter. Und runter, und runter, und runter. Aber nicht zu weit runter. So, hier war noch irgendwo was zum Auffrischen, glaube ich. Aber Leute, ich mach hier, äh, mal ganz kurz Pause. Bis gleich. Bis gleich.